Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Infoabend, zu unserem Seminar der Mykotherapie. An meiner Seite ist die Sabine Wellmann, die diesen Kurs leiten wird und natürlich sie heute durch den Infoabend führt, beziehungsweise ich führe sie heute durch den Infoabend und die Frau Wellmann, die wird Ihnen erzählen, worum es geht. So ist das, glaube ich. Mein Name ist Julia Groß, ich leite den Fachbereich der Naturheilkunde bei uns im Zentrum für Naturheilkunde und somit fällt natürlich dieses spannende Thema in meinen Fachbereich, was mich besonders freut, denn über die Pilze weiß ich selbst noch nicht ganz so viel und das hoffe ich, dass wir das heute jetzt mal ändern werden, damit wir das auch alle benutzen können, weil man hört hier die dollsten Sachen über die ganze Mykotherapie, was man damit alles bewirken kann. Wo ist die Name? Ich erkläre Ihnen heute, wie Sie sich beteiligen können. Das ist ein interaktiver Infoabend, das heißt, Sie können Fragen stellen. Sie können Fragen stellen vor allem im Chat. Wir werden nämlich diesen Infoabend aufzeichnen und der kommt bei uns auf die Homepage. Daher ist es in dem Fall jetzt nicht möglich, mit der Kamera dabei zu sein. Wenn das natürlich später in den Kurs geht, dann ist das überhaupt kein Problem, mit der Kamera dabei zu sein und haben Sie ein richtiges Klassenraumfeeling heute für den Infoabend leider nicht. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese gerne in den Chat. Ich bin immer die ganze Zeit dabei und schaue auch, was da drin steht und kann es entweder selbst beantworten oder gebe es der Sabine. Genau. Das ZFN ist, weil wir haben heute nämlich sehr, sehr viele Teilnehmer, das erzähle ich nochmal kurz, was das ZFN ist. Das ZFN ist Zentrum für Naturheilkunde, eine ehemals Präsenzschule in München, was sich jetzt seit einem Jahr massivst verändert hat. Das heißt, wir sind jetzt eine richtig tolle Online-Schule geworden in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs und wir sind nach Südafrika schon. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Und die Sabine an meiner Seite ist die Pionierin bei uns gewesen. Das heißt, sie fing schon mit Webinaren an, als Corona noch gar nicht spruchreif war und war eigentlich die Erste, die hier die zaghaften Versuche gemacht hat in Richtung Online-Schule mit den Schüsselersalz und den Bachblüten, die ganz toll bei uns gelaufen sind, die beiden Kurse. Und die Bachblüten werden demnächst auch wieder angeboten. Aber jetzt erst mal die Mykotherapie. Genau. Das heißt, das ZFN ist eine sehr große Schule, Heilpraktika-Ausbildung. Wir haben Osteopathie, Psychologie, den Fachbereich und natürlich diesen sehr großen Fachbereich der Naturheilkunde mit allem, was Spaß macht, wenn man seine Heilpraktika-Ausbildung endlich bestanden hat. Oder auch natürlich für Laien, die einfach Interesse haben an Naturheilkunde. Ja, wir, das heißt, meine Kollegen und ich sind auch für Sie da, wenn Sie jetzt technische Probleme und Fragen haben. Sie sehen hier die Service-Hotline an der Seite über den Chat. Da können Sie anrufen, wenn irgendetwas sein sollte. Ansonsten auch da bitte gerne sonst in den Chat schreiben. Ich beantworte das auf jeden Fall. Wie gesagt, der Infoabend wird aufgezeichnet. Den finden Sie dann auf unserer Homepage oder eben auch in Ihrem Portalbereich. Wir haben Ihnen die Folien, um die es heute Abend geht, oder die wir hier heute zeigen, schon per E-Mail zur Verfügung gestellt. Falls Sie die nicht bekommen haben, finden Sie auch nochmal diese im Download-Bereich, in unserem Portal. Und ja, ach so, Sabine, du bist nämlich hier die Präsentatorin und hast die Macht. Könntest du einfach mal ein bisschen weiterschalten, damit ich überhaupt weiß, was ich so erzählen soll? Ich habe die Macht über die Folien. Du hast die Macht. Das ist doch sehr schön. Ja, eine technische Einführung werde ich gleich nochmal machen. Den Großteil habe ich schon gemacht. Viel mehr braucht man eigentlich heute gar nicht wissen. Dann stellt die Sabine sich ein bisschen vor, erzählt was zu den Vitalpilzen. Ich erzähle noch ein bisschen was zur Webinarreihe, Seminarreihe. Und dann gibt es ja nochmal ein ganz tolles Special zu den Top 3 der Vitalpilzen. Und dann wissen wir, glaube ich, alle Bescheid und wissen, was uns erwarten wird, wenn wir die Seminarreihe im Juni besuchen werden. Das war die Technik, die ich schon groß ein bisschen erzählt habe. Wie gesagt, viele Funktionen klappen hier jetzt gerade nicht, weil, wie gesagt, der Vortrag aufgezeichnet wird. Sie können aber, was Sie machen können, Sie können die Folien groß und klein schalten. Das heißt, rechts unten in der Ecke sehen Sie das Zeichen zum Vollbildmodus der Folie. Sie können natürlich auch die Sabine und mich größer machen, indem Sie entweder mit Ihrer Maus zwischen den Kamerabildern und der Präsentation klicken und rauf und runter fahren. Das geht auch. Ja, ansonsten einfach in den Chat schreiben. Sabine, magst du noch mal? Genau. Also, ich habe mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Julia Groß, wie gesagt, Fachbereichsleiterin der Naturherkunde, selbst auch Heilpraktikerin. Aber ich habe eher im Bereich der TCM mich getummelt. Und bevor ich dann meine Kinder gekriegt habe und dann das Praxisdasein etwas aufgehört habe, um jetzt hier eben im ZFN diese tollen Veranstaltungen Ihnen präsentieren zu dürfen. Und insofern nutze ich diese Naturheilkunde jetzt eher als Zuhörer und freue mich natürlich daran teilhaben zu dürfen. So, aber jetzt die Sabine. Ja, hallo und schönen guten Abend auch von meiner Seite hier. Ich sitze ja nicht wie Sie oder ihr alle im schönen München, sondern ich bin im Harz. Ja, die Technik macht es möglich. Wie gesagt, Julia sagte ja eben gerade schon, wir haben damals die Webinar-Reihe eröffnet mit dem Bachblütenkurs. Und das ist also eine wunderbare Art des Unterrichtens, finde ich immer, weil man ist an keine Verkehrsmittel gebunden. Ja, selbst wenn man mal einen Vortrag nicht zuhören kann, kann man die Aufzeichnung nutzen. Also das ist schon eine wunderbare Sache und ich glaube gerade auch in unserem Zeitalter ist das ja auch wirklich eine schöne Sache, um sich fortzubilden. Ja, also ich bin Sabine Wellmann, seit vielen Jahren in eigener Praxis tätig und erweitere natürlich mein Therapie-Repertoire auch immer mehr und mehr und bin so auch zu den Vitalpilzen gekommen. Ich erzähle nachher gleich noch ein bisschen was zu den Vitalpilzen, wie ich sie in der Praxis einsetze, was so mein Haupteinsatzgebiet von den Vitalpilzen ist. Und ja, beherrsche natürlich auch noch alle möglichen anderen naturheilkundlichen Verfahren, bin aber auch noch als medizinische Fachangestellte in einer Allgemeinarztpraxis tätig, was mir natürlich auch den Vorteil immer gibt, dass ich immer noch nah am Patientengeschehen auch bin, also außerhalb von meiner Praxis, dass man da also auch in der schulmedizinischen Sache viele Dinge weiß und im Hinterkopf hat und das verknüpfe ich immer miteinander. Das ist schon eine sehr, sehr gute Sache, finde ich. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Bachblütenberaterin erst, mittlerweile ja Therapeutin, wo ich die Heilerlaubnis habe. Und ja, über die Bachblüten bin ich auch eigentlich wirklich so zur Dozentin geworden, denn das habe ich schon noch viele Jahre vor meiner Heilpraktikertätigkeit gemacht, dass ich da an verschiedenen Institutionen Kurse gegeben habe zum Thema Bachblüten. Und mittlerweile bin ich also als Dozentin tätig, sei es hier am ZFN oder aber auch hier vor Ort öfters mal, dass mich Institutionen fragen, Frau Wellmann, können Sie nicht einen interessanten Vortrag halten über die Naturheilkunde? So bin ich gerade angesprochen worden, dass die so einen Vortrag haben wollen, gerade mal wie man im Herbst dann, also das ist schon ein bisschen Zukunftsmusik, wie man im Herbst sein Immunsystem stärken kann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall bin ich als Dozentin und es freut mich immer unheimlich, wenn ich mein Wissen und die Naturheilkunde an Laien oder aber auch, wie ihr es jetzt natürlich seid, an Fachpublikum weitergeben kann. Ja, das war es so in Kürze zu mir. Viel mehr braucht man, glaube ich, auch gar nicht wissen. Sabine, wir können ja mal fragen, wer tatsächlich Fachpublikum ist und wer Leil ist. Das wäre doch mal ganz interessant. Vielleicht habt ihr mal Lust zu schreiben, wer ist denn Heilpraktiker oder wer möchte das jetzt einfach nur aus Interesse sich anhören, weil die Mykotherapie einfach ganz interessant ist. Und das ist für uns immer ganz interessant zu wissen. Ist interessant zu wissen, vor allen Dingen ist es auch für mich ja interessant zu wissen, gehe ich jetzt mehr auf die Privatanwendung ein oder aber auch auf die therapeutische Anwendung. Und das sind nämlich auch nochmal Unterschiede. HP, 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 A, 0. Ich nehme auch selbst Vitalpilze. Das finde ich nämlich auch interessant, wer da eigentlich schon welche nimmt. Genau. Also ich habe bisher auch noch keinen, doch, vor zehn Jahren, glaube ich, habe ich mal welche genommen. Okay, und ich sehe da gerade eine Meldung. Ja, jetzt habe ich aber die, Moment, jetzt machen wir das mal so, weil ich habe nämlich eigentlich die Mikrofone, jetzt habe ich es freigegeben. Also Elke, Sie können gerne was sagen. HP, meine Katzen und ich nehmen schon Heilpilze. Das ist ja super. Das schreibt Evelyn. Ist sie auch gut einzusetzen, die Mykotherapie? Also wirklich viele, viele HPs. Das ist, das ist super. Nein, genau. Praxis und möchte mich informieren. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist wirklich für uns sehr wichtig. Also Elke, falls Sie was sagen wollen, müssen Sie nur Ihr Mikrofon freischalten, was ich jetzt nicht, was nicht funktioniert, glaube ich. Sie ist mit Kopfhörern. Ach so, weil Sie mit Kopfhörern drin sind. Das heißt, Sie müssten sich jetzt nochmal neu anmelden, auf den Hörer klicken und sich nochmal neu einwählen und dann eben mit Mikrofon. Dann können Sie was sagen. Gut. Dann können wir die Hand jetzt wieder runter machen, ne? Ich mache schon. Ach so, du machst. Gut, ja. Also vielen Dank für die Infos. Ja, also, dann stellt sich immer mal die Frage, was sind denn überhaupt Vitalpilze? Als ich beispielsweise mir viel Literatur in der Buchhandlung bestellt habe, da sprach mich die Buchhändlerin an und sagte, ach, Frau Wellmann, ich weiß, Sie meinen die Magic Mushrooms. Da habe ich natürlich gesagt, nein, also die Pilze, mit denen ich arbeite, sind jetzt keine halluzinogenen Pilze und das ist auch wirklich nicht die Mykotherapie. Und das werdet ihr auch bei mir nicht lernen. Also wir gehen da schon eher drauf ein, wie man praktisch mit den Vitalpilzen den Menschen unterstützen kann. Also Pilze, man muss sich ja erstmal vor Augen halten, Pilze, was sind denn eigentlich Pilze? Früher wurden die Pilze grundsätzlich dem Pflanzenreich zugeordnet, aber im Endeffekt ist es mehr so eine Zwischenstufe zwischen Pflanzen und Tierreich, weil die Pilze ja auch verschiedene Eigenschaften haben, die ein tierischer oder aber auch sogar ein menschlicher Organismus auch beinhalten oder haben. Und deswegen wirken die Vitalpilze auf unseren menschlichen Organismus natürlich auch sehr gut. Die schützen sich ja beispielsweise selber vor Infektionen oder vor anderen parasitären Pilzen. Und da das so eine Zwischenstufe zwischen Pflanzen und Tierreich ist und es eine enge Verbindung zum Organismus auch gibt, da helfen die Pilze natürlich, deswegen wirken die auch so gut. Denn was sich die Pilze selber gegen ihre beispielsweise Artgenossen oder Viren, Bakterien schützen, schützt unseren menschlichen Körper auch. Also man kann sagen, das sind Heilpilze mit medizinischer Wirkung. Teilweise sind diese Pilze, die wir hier kennenlernen im Kurs, Speisepilze. Wir denken nur mal zum Beispiel an den Agaricus bisporus. Sagt euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts. Wenn ich jetzt aber sage, Champignon, hat ihn jeder schon mal gegessen. Denke ich mir. Und da sieht man, also es sind teilweise Speisepilze. Und ja, wir gehen im Kurs da natürlich auch darauf ein, dass man auch schon alleine mit dem Verzehr des eigentlichen Pilzes viel leisten kann. Aber grundsätzlich ist natürlich dieses Vitalpilzpulver oder das Vitalpilzextrakt noch mal höher konzentriert und dosiert, sodass man also die verschiedenen Inhaltsstoffe des Pilzes in einer reichlicheren Form zu sich nehmen kann, sage ich mal. Julia sagte gerade, sie ist aus der TCM oder hat TCM sehr viel mitgearbeitet. Vitalpilze sind natürlich eine große Säule in der TCM. Ja, natürlich. Also als ich dann damals dann auch noch die Pflanzenheilkunde-Ausbildung draufgepackt habe, nach der Alkupunkturausbildung, da kamen mir die schon, aber ich muss gestehen, das ist so lange her und ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich in China war. Wir waren ja im Zuge der Ausbildung tatsächlich in China unterwegs und da waren riesige Berge von Pilzen. Also unglaublich viele, die ganzen Körbe voll. Ich weiß gar nicht, was sie da alles mit diesen Pilzen gemacht haben. Also das war wirklich beeindruckend und wirklich solche Urschis. Ja. Also in China gibt es ja auch viele, viele, viele Vitalpilzfarmen, richtig. Der wird also wirklich ja auch nicht mehr wild praktisch gesammelt, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Vitalpilzfarmen. Ja, aber man denkt jetzt, naja, klar, Vitalpilz, Mykotherapie, TCM. Aber selbst in Europa haben die Menschen sich schon der Vitalpilze gewidmet. Und zwar unsere, ich sage immer, das war so die deutsche erste Heilpraktikerin, Hildegard von Bingen, die arbeitete schon mit Vitalpilzen. Oder hier der griechische Dioschurides, ich kann es ganz schlecht ausbrechen, hatte eine Materia Medica schon ganz, ganz früh entworfen. Und da kamen auch die Vitalpilze schon zum Tragen. Oder denken wir mal an den Gletschermann Ötzi. Ich weiß noch damals, wo der entdeckt wurde in den Südtiroler Alpen. Da waren wir, ich glaube, ein, zwei Monate später, waren wir in einem Nachbartal von diesem Ötztal im Urlaub. Und es war ja ein riesiger Hype. Und der Ötzi hat in der Tat auch schon zwei Pilze, die wir heute als sogenannte Vitalpilze bezeichnen, bei sich gehabt. Also man merkt, auch in Europa ist das schon lange, lange bekannt. Und auch die Indianer, die Indianer haben auch schon mit Pilzen gearbeitet. Also nicht nur, dass es aus China kommt. Allerdings wurde es hier im europäischen Raum so ungefähr im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Die Vitalpilz-Heilkunde. Ja, und dann fragen mich viele Leute immer, oder ihr oder sie, werden sich jetzt natürlich auch fragen, wie kann ich denn die Vitalpilze überhaupt in meiner Praxistätigkeit mit einbringen? Das ist ja immer so, sind ja alle hier in diesem Info-Vortrag. Da will man ja gucken, möchte ich mein Therapie-Repertoire so weit erweitern? Und man hat natürlich auch bestimmte Vorstellungen, was kann ich denn damit überhaupt alles behandeln? Also man kann da sehr, sehr gut präventiv mitarbeiten. Und zwar schützen Vitalpilze auch vor Krebserkrankungen. Sie haben auch einen großen Einsatz in der Onkologie, also wenn die Krebserkrankung schon da ist, dass beispielsweise Chemo- oder Strahlentherapie wesentlich besser vertragen werden, dass weniger Nebenwirkungen entstehen und dass teilweise auch die Metastasenbildung gehemmt wird. Aber man kann sie natürlich auch schon präventiv einsetzen, dass die Zellen gar nicht so entarten. Da gibt es bestimmte, ich sage jetzt mal Zellschutzpilze oder auch Anti-Aging-Pilze, ganz viele, die antioxidativ wirken. Deswegen würde ich das dann so präventiv einsetzen, wenn man beispielsweise weiß, in der Familienanamnese ist schon eine Neigung zu Krebs da. Oder aber, was man natürlich auch sehr, sehr gut machen kann, ist, dass man die präventiv einsetzt, immunstimulierend. Ich sagte ja gerade, ich wurde angesprochen, können Sie mal einen Vortrag halten, wie man das Immunsystem zum Herbst hin dann pushen kann. Da kann man auch beispielsweise sehr, sehr gut mit Vitalpilzen arbeiten. Aber auch therapeutisch können sie angewandt werden. Und da habe ich in meiner Praxis eigentlich so ein sehr, sehr großes Thema, beispielsweise Fettstoffwechselstörungen oder Arterioskleroseschutz, Hypertonie, Hypercholesterinämie und so weiter und so fort. Denn ich finde immer, was so die Phytotherapie und auch die Schüßlersalze und die Homöopathie, wo ich auch gerne mit arbeite, ja vieles behandelbar machen. Aber so die Fettstoffwechselstörungen, das war immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, da kann ich jetzt mit meinen therapeutischen Möglichkeiten gar nicht ganz so gut drauf eingehen. Und Pilze eignen sich sehr, sehr gut, um beispielsweise das Cholesterin positiv zu beeinflussen, den LDL zu senken. Und somit haben wir natürlich diesen ganzen Rattenschwanz, der dahinter hängt. Fettstoffwechselstörungen denken wir an KHK, an Arteriosklerose, Hypertonie und so weiter und so fort, dass wir gar nicht erst in diese Spirale kommen. Und jetzt schlage ich mal wieder die Brücke zur Schulmedizin. Ich kenne das von ganz, ganz vielen Patienten in der Arztpraxis, dass da dann plötzlich bei Routineuntersuchungen zu hohe Blutfettwerte festgestellt werden und es im Raum steht, ob die diese sogenannten Statine, also diese Fettsenker einsetzen. Und ich weiß es von ganz, ganz vielen Patienten, dass die das gar nicht unbedingt möchten. Und da können wir unsere naturheilkundlich ausgerichteten Patienten natürlich sehr, sehr gut abholen, indem wir ihnen sagen, ja, sie sollten auch an ihrer Fettstoffwechselstörung etwas machen, aber es muss ja nicht immer gleich ein Statin sein, sondern wir versuchen es mit den Vitalpilzen. Es gibt beispielsweise auch Vitalpilze, die haben Lovastatin, was ein chemisches Mittel auch ist, beispielsweise als natürlichen Inhaltsstoff drin. Ja, und Vitalpilze kann man natürlich auch sehr, sehr gut begleitend, gerade in der Krebstherapie einsetzen, dass die Menschen also wirklich mit der Chemotherapie und mit der Strahlentherapie, die ja wirklich sehr, sehr kräftezehrend ist, ja, einfach besser umgehen können. Und in einigen Ländern sind Vitalpilze in der Tat auch schon wirklich offiziell als Krebsmittel registriert. Das werde ich Ihnen dann aber auch alles im Kurs erzählen, welche Pilze das sein werden. Und da haben Sie auch im Skript, dass ich da ganz, ganz viel schon zu beschrieben habe. Ja, das war so zu dem Einsatzgebiet der Vitalpilze. Ja, vieles habe ich jetzt eben gerade auch schon erklärt und erzählt, bei welchen Leiden können die Pilze denn eingesetzt werden. Also eine ganz große Säule ist die Krebstherapie, oder aber auch Immunstimulation. Durch die antioxidative Wirkung, die die Pilze haben, können sie natürlich auch sehr, sehr gut gegen den Alterungsprozess eingesetzt werden. Also so ein natürliches Anti-Aging-Mittel. Und was auch sehr, sehr gut ist, dass die Pilze antiviral, antibakteriell wirken. Denken wir mal so an die Erkältungszeit. Da kann man mit Hochdosiert, mit Vitalpilzen angefangen, auch einen Infekt schon gut in Schach halten, beziehungsweise auch vorbeugen, dass der gar nicht erst so ausbricht. Also Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist also ein sehr dankbares Einsatzgebiet. Natürlich können sie auch bei diversen Hauterkrankungen eingesetzt werden, oder aber auch Magen-Darm-Erkrankungen. Es gibt da auch den sogenannten, ich habe das so genannt, den sogenannten Magen-Darm-Pilz, oder rezidivierende Harnwegsinfekte, also das ganze Urogenital-System. Da kann man sie natürlich auch sehr gut einsetzen. Und weil einige Vitalpilze auch Vorstufe von Vitamin D in sich haben, kann man sie natürlich auch im Bereich des Bewegungsapparates gut einsetzen, zum Beispiel bei Osteoporose oder Arthrose. Jetzt kommt da gerade eine Frage, kann man die Pilze auch für Lipoödeme einsetzen? Das ist jetzt schon recht speziell gefragt. Also ich denke mal, da kann man auf jeden Fall unterstützend mit Arbeiten vielleicht, ja, also das ist jetzt sehr speziell, da würde ich dann im Kurs drauf eingehen, dass wir da gucken, welche Pilze könnte man denn da am besten so für nehmen, dass die Ödeme, praktisch die Lipoödeme, eventuell sogar abgebaut werden. Das gucken wir dann uns an. Ja, wollte ich Ihnen noch vorstellen, was erwartet uns denn überhaupt in dem Seminar, weil das will man natürlich auch gerne wissen. Ich werde, ich sehe auch viele Gesichter hier, die meine Schüßlersalz- und Bachbütenkurse besucht haben, die kennen so ungefähr meine Struktur schon und ich bleibe natürlich meiner Struktur auch treu, also dass man sagt, wir gucken uns immer an, was nehmen wir uns denn heute vor. Und da haben wir jetzt also verschiedene Vitalpilze, die ich Ihnen und Euch vorstellen werde, hier beim ersten Seminartag, da wird dann auch vieles organisatorische noch besprochen oder ich erzähle Ihnen auch, wie Sie am besten von den Seminaren als Webinar und als Aufzeichnung profitieren. Da gucken wir uns schon die beiden ersten Vitalpilze an. Beim zweiten Termin gucken wir uns an, was gibt es denn für Darreichungsformen, wie dosiert man die Pilze, was gibt es da für Möglichkeiten und dann kommen wieder die nächsten fünf Vitalpilze. Beim dritten Termin habe ich dann auch noch mal jetzt einfach so als Seminarinhalt wieder Pilze, aber wir werden da natürlich auch Fallbeispiele kennenlernen und auch gegebenenfalls Pilze untereinander abgleichen. Das werde ich dann aber individuell einarbeiten, denn das bringt uns ja noch nichts, wenn wir am ersten Termin schon Fallbeispiele mit reinnehmen, wenn Sie die ganzen Pilze noch nicht kennen. Also das werde ich so individuell zu dem dritten und vierten Termin machen, dass wir da Pilze untereinander abgleichen und auch Fallbeispiele mit reinnehmen. Und das sind so die gängigsten Vitalpilze, die ich Ihnen vorstellen will. Das sind auch die Vitalpilze, die man bei den großen Vitalpilzanbietern beispielsweise jetzt im Handel auch zu kaufen bekommt. Also das sind so die, da habe ich eigentlich alle so abgegrast, die man so beispielsweise Firma Havlik oder sowas bestellen kann. An Seminarunterlagen bekommen Sie ein umfangreiches Skript. Ich habe Frau Scherer gerade schon gesagt bei der Technikeinführung, wir haben hier noch diese Folie Bachblütentherapie. Das ist das Skript Bachblütentherapie, weil das Mykotherapieskript ist gerade am Wochenende erst fertig geworden. Das konnte ich hier auf die Folie noch nicht einarbeiten. Aber genau so wird es halt auch aussehen. Und die Schüler, die praktisch meine Kurse schon kennen, die wissen, wie meine Skripte aussehen und ich werde da auch ziemlich treu dranbleiben. Das ist also ein umfangreiches Skript, sind über 70 Seiten mit den einzelnen Vorstellungen der Pilze und alles drumherum noch. Dann die Präsentationsfolien, wie Sie sie eben ja auch schon bekommen haben, von diesem Infovortrag. Die werden dann ungefähr so aussehen, natürlich nicht mit einer Bachblüte, sondern mit einem Vitalpilz. Die haben wir ja auch gleich noch drin. Diese Präsentationsfolien bekommen Sie natürlich auch immer schon vorab zur Verfügung gestellt. Auf zwei Wegen, genau, per E-Mail und im Portal. Also da kann nichts schief gehen. Ja, und dann habe ich natürlich auch rund um meine Kurse immer noch so ganz, ganz viele Zusatzmaterialien. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer gerne Geschichten schreibe. Also, ich denke mal, das wird auch bei den Vitalpilzen auf jeden Fall so sein. Ich habe zwar noch nicht für alle eine Geschichte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das bis Juni fertig haben werde und aber auch so, ich sage jetzt mal, Tabellen. Dass Sie sich das beispielsweise auch in der Praxis auf den Schreibtisch legen können, dass man da mal so durchgucken kann und sagen kann, wenn ein Patient kommt mit Hypertonie, Mensch, ich gucke jetzt mal ganz einfach auf meine 1, 2, DIN A4 Zettel, welche Pilze könnte ich denn anwenden, sodass Sie da auch nicht großartig in Büchern blättern müssen oder so. Das werde ich machen oder beziehungsweise auch zu jedem Vitalpilz dann nochmal die Haupteinsatzgebiete kurz und knackig. Also da kriegen Sie genug Zusatzmaterialien noch von mir immer wieder auch reingestellt. Ja, viele fragen immer, was für Bücher könnt ihr denn empfehlen? Also ich finde dieses Buch hier sehr, sehr gut. Gesund mit Heilpilzen vom Philipp Rebensburg und Dr. Andreas Kappel. Also ist auch sogar ein Schulmediziner, das ist für mich auch immer sehr schön, so schulmedizinisch, naturheilkundlich, Hand in Hand. Ja, aber die Kurse haben auch immer gezeigt, dass die Schüler untereinander sich auch gute Buchtipps immer geben. Da werden wir schon einiges noch kennenlernen. Tja, jetzt darf ich noch kurz wieder, jetzt darf ich mal wieder übernehmen, das ist sehr schön, das war bisher schon wirklich sehr spannend. Ja, es geht los, es geht schon bald los, das heißt in vier Wochen starten wir schon am 24.06. Es sind vier Abende, jeweils donnerstags von 18.30 Uhr bis circa 20 Uhr. Es kann auch manchmal ein bisschen länger dauern, also so ist es geplant. Die Kosten sind 160 Euro für die vier Abende beziehungsweise 150, wenn Sie ZFN-Schülerin sind. Das ist oftmals die Frage, bin ich ZFN-Schüler, bin ich es nicht? Das hängt davon ab, ob Sie bei uns eine Ausbildung gemacht haben, gebucht haben, dann sind Sie es. Das gilt dann immer zwei Jahre nach Beendigung einer Ausbildung, gilt noch der Schülerpreis. Wenn Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie mich einfach an und fragen nach. Genau das sind hier diese vier Termine, die wir haben, 24.06., 1.07., 8.07. und 15.07. hat Sabine ja eben schon erzählt. Es gibt immer ein umfangreiches Skript und wie ich Sabine jetzt schon kennenlernen durfte, gibt es wirklich sehr viel, sehr spannendes Zusatzmaterial. Es wird, wir haben einen Chat eingerichtet, der ist in Ihrem Portalbereich, den können Sie nutzen, auch außerhalb der Webinare. Wenn Sie jetzt sich die Aufzeichnung anschauen und nicht beim Live-Abend dabei sein können, können Sie dort Ihre Fragen in den Chat stellen. Sabine liest die Fragen beziehungsweise auch Ihre Mitschüler und Mitschülerinnen und dann kann es also auch zu einem regen Austausch kommen und Sabine beantwortet die natürlich entweder direkt im Chat oder im nächsten Webinar. Da ist also, es geht keine Frage verloren. Das ist sehr schön. Die Aufzeichnung, die stellen wir Ihnen auch nach dem Kurs weiterhin zur Verfügung. Sie haben weitere drei Monate nach Beendigung des Kurses die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung so oft anzuschauen, wie Sie möchten. Das finden Sie immer in Ihrem Portalbereich unter meine Kurse. Dort ist alles für Sie hinterlegt und auch die Skripte und Unterlagen, die bleiben dort auch so lange zur Ansicht bestehen. Also nicht nur zur Ansicht, sondern sogar zum Download. Genau. Fällt dir noch was ein, Sabine? Nein, ich glaube, das war alles so ganz. Also wie gesagt, dieses schuleigene Forum, dieser Chatportalbereich, den bewerbe ich ja auch immer in meinen Kursen, weil das wirklich auch schön ist. Denn auch diejenigen, die halt nicht live am Termin dabei sind, die können ihre Fragen da reinstellen und ich beantworte sie dann. Und das ist ja auch immer schön, weil vielleicht erschließt sich dem einen oder anderen ja auch diese Frage und er ist gar nicht so darauf gekommen, dass er da auch noch dran knabbert, sage ich mal. Und deswegen finde ich das auch immer gut, wenn das dann öffentlich in dem Chatportalbereich ist und außerdem gibt es ja auch noch die anderen, wenn jetzt jemand eine Frage stellt, dass man sagt, Mensch, wie hätte ich denn die Frage beantwortet? Beispielsweise. Genau. Also das ist auch wirklich sehr schön, weil die Sabine ist auch wirklich jemand, der diesen Chat wirklich extrem nutzt. Also das ist für mich auch interessant, weil ich sehe die Fragen dann auch immer, ich kriege die immer per E-Mail zugestellt und dann natürlich auch die Antworten von Sabine. Also insofern weiß ich, da ist ein sehr reger Austausch. Sie können sich dann einfach für den Chat anmelden und dann kriegen sie alle Fragen und Antworten immer per E-Mail zugeschickt. Genau. Jetzt, Sabine, bist du mit deinen Top 3 dran. Ich bin für meinen Teil letztendlich jetzt durch. Ich komme nachher noch mal wieder, wenn du soweit fertig bist. Ich höre mir das jetzt mal genau an und dann weiß ich auch schon ein bisschen mehr. Ja, sehr gerne. Bis dann. Ja, ich stelle Ihnen und euch also jetzt mal so die Top 3 der Vitalpilze vor, weil das ist natürlich auch sehr interessant für Sie und für euch, dass ihr wisst, wie geht denn so so ein Seminarabend mit mir vonstatten. Die Bachblüten- und Schüsselersalzschüler kennen das schon. Ich mache jetzt hier natürlich nur kleine Ausschnitte, ist klar. Im Kurs wird jeder Pilz natürlich noch individueller bearbeitet, aber das hier ist jetzt einfach mal nur so, das dient den Informationsfluss für Sie und für euch, dass man so ein bisschen Gespür für die Pilze und aber auch für mich, für meine Unterrichtsweise bekommt. Und deswegen stelle ich das jetzt hier mal so kurz und knackig vor. Wir haben also, ich habe mir so gedacht, welches sind denn so die Vitalpilze, die beispielsweise ich oder überhaupt man als Heilpraktiker am meisten einsetzen kann oder was meine Lieblingspilze sozusagen sind. Und da haben wir auf Platz 3, den Coriolus. Ich habe gerade schon erzählt, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, habe ich diesen wunderschönen Pilz gesehen. Das ist die Schmetterlingstramete. und der Pilz Coriolus, der würde praktisch zu uns sprechen und würde sagen, ich schütze dich vor Infekten. Große Themen, die dieser Pilz nämlich hat, ist einmal, dass er antiviral und antibakteriell wirkt, immunstimulierend und aber auch leberunterstützend. und daraus leitet sich im Endeffekt schon fast so die Indikation ab. Ich habe jetzt auch jedem von meinen Vitalpilzen einen kleinen Namen gegeben. Der Coriolus, das ist also sozusagen unser Infekthelfer, weil ich ihn hauptsächlich auch als Infektpilz anwende, beziehungsweise auch schon als Vorbeugung gegen Infekte. So habe ich mich beispielsweise jetzt über die Herbst-Winterzeit mit der Einnahme von Coriolus wirklich gut geschlagen. Gut, wir haben ja jetzt im Moment sowieso eine ganz besonders außergewöhnliche Situation. Und da mag man natürlich nicht husten und schnupfen und niesen, weil man dann gleich ganz schräg angeschaut wird. Deswegen war es für mich also wirklich ganz gut, diesen Coriolus da mal kurmäßig einzunehmen. Also man kann sagen, wenn jemand infektanfällig ist, dann kann man das schon präventiv einsetzen oder aber auch, wie ich vorhin auch schon mal angeschnitten habe, wenn der grippale Infekt jetzt droht zu kommen, wenn man also merkt, oh, der Hals kratzt schon und meine Nase kribbelt, so beginnt bei mir immer ein Infekt, dann kann man auch wirklich hochdosiert diesen Coriolus schon einnehmen, sodass man da gut gegensteuern kann. Genauso gut ist der Coriolus aber auch bei Autoimmunerkrankungen einzusetzen. und auch, wir hatten ja eben gerade auch das Thema Leber, Leberschutz, Leber unterstützend, Leberschäden also, Erschöpfungszustände, wir als erfahrene Heilpraktiker wissen, Müdigkeit, ist der Schmerz der Leber, dass man da gucken kann, ob man mit dem Coriolus arbeitet, wobei es gleich noch einen Pilz gibt, der auch so der Powerpilz ist, den man auch bei Erschöpfung einsetzen kann. Ja, Candida-Besiedlung im Darm kann gut mit dem Coriolus unterstützt werden und wenn wir an Darmpilz natürlich denken, dann denken wir auch immer gleich an die Haut, also wenn man Hauterscheinungen hat, sollte man ja auf jeden Fall eine Darmsanierung durchführen und deswegen kann der Coriolus natürlich auch bei Hauterkrankungen unterstützend sehr, sehr gut eingesetzt werden. Wir können ihn nehmen zur Hormonregulation. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ganz, ganz viele Kinderwunschpatienten und Patientinnen hauptsächlich, nebst Mann, in meiner Praxis habe und da kann man also, wenn es da zu Hormonstörungen kommt, wenn das die Ursache ist, kann man da ganz gut mithelfen. Viruserkrankungen kann man auch sehr gut mit dem Coriolus behandeln, nur ich habe hier nochmal so eine Achtung hingeschrieben, Herpes, HIV, Epstein, Bar. Wir müssen natürlich auch unsere Grenzen kennen, Gesetz, Gesetz, also unser Behandlungsverbot, aber es ist wirklich in jeder Literatur beschrieben, dass man also auch Epstein-Barr, HIV, damit unterstützen kann. Und als kleiner Tipp jetzt, wenn Sie oder Ihre Patienten oder jemand, den man kennt, zu Herpes neigt, kann der Coriolus auch nicht nur innerlich angewandt werden, dass man also praktisch die Kapsel schluckt, sondern man kann die Kapsel auch aufmachen und man kann eine äußerliche Anwendung mit dem Coriolus-Pulver oder Extrakt praktisch dann machen. Ebenso gut bei Viruswarzen hatte ich mal einen kleinen Jungen in der Praxis und da haben wir den dann auch mit Coriolus äußerlich unterstützt. Das war jetzt also unser Coriolus. In der Onkologie, ich habe also auch wirklich jede Folie immer noch mal so auf die Onkologie gemünzt, weil in der Onkologie haben die Vitalpilze halt einen sehr, sehr großen Stellenwert. Also der Coriolus verbessert auf jeden Fall die Verträglichkeit von Chemo- oder Strahlentherapie. Und ein großes Einsatzgebiet ist der Magenkrebs. Sie und ihr werdet sehen jetzt am Abend, wenn ich die drei Pilze vorgestellt habe, dass sich auch mal so die, ich sage jetzt mal, die Indikationen überschneiden, dass die also fließend auch ineinander übergehen. Eben gerade hatte ich schon gesagt, Coriolus bei Erschöpfungszuständen, der nächste Pilz ist auch ein Powerpilz. Und da zeige ich Ihnen und euch im Kurs natürlich auch, ja welchen von den Pilzen wähle ich denn nun aus, wenn er halt, also wenn mehrere Pilze praktisch diese Indikation greifen. Das besprechen wir dann alles. Wie gesagt, auch in der Onkologie, da überschneidet sich natürlich vieles. Also Brustkrebs, bei Brustkrebs kann man sehr viele Vitalpilze einsetzen. Und dann schauen wir uns aber das nochmal individuell an. Welchen nehmen wir denn nun da für unsere Brustkrebserkrankung? Silvia, ja, ohne dass ich jetzt zu viele Inhalte von dem Kurs schon verrate, weil das ja die Darreichungsformen sind. Genau, da nimmt man das, da macht man diese Kapsel auf und nimmt so einen Fingerhut voll Wasser und rührt das Pulver da praktisch ein und streicht es dann als Brei sozusagen auf die Stelle, als Herpes oder aber bei den Warzen. Genau, genau, so, so macht man das. Ja, das war der Coriolus. Ich finde auch gerade so in der jetzigen Zeit ein ganz guter Pilz, viral, antiviral, Coronavirus, denken wir mal dran. Ja, ich denke mal, dass ich den jetzt zumindest so ein bisschen kurz und knackig ihn näher gebracht habe. Wie gesagt, im Kurs gehen wir da natürlich noch mehr in die Tiefe, aber das kann ich jetzt hier beim Infoabend natürlich nicht machen. Ja, Platz 2 ist auch ein wunderschöner Pilz und zwar ist das der Cordyceps. Der Cordyceps ist der sogenannte chinesische Raupenpilz. Ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie dieser Pilz überhaupt entsteht. Das werdet ihr dann auch noch kennenlernen. Ja, der Cordyceps, das ist ein Pilz, der sagt, ich gebe dir Energie und Kraft. Die Themen, wie man da unten sehen kann, sind Leistungssteigerung, eine viel bessere Sauerstoffaufnahme in die Erythrozyten, also in die roten Blutkörperchen. Schon allein dadurch haben wir natürlich viel, viel mehr Energie oder Sauerstofftransport und viel, viel mehr Power. Immunstimulation, Blutdruckregulation und auch Hormonstimulation. Und ich habe meinen lieben Kollegen am ZFN vorhin schon gezeigt, ich habe mir extra für diesen Abend hier heute, habe ich mir eine weiße Schokolade mit Cordyceps Extrakt gekauft und ich werde die jetzt mal essen. Ich habe sie in der Tat vorher noch nie gegessen und ich bin jetzt sehr gespannt, wie diese Schokolade schmecken wird. Also ihr seht, man kann da auch, ich sage jetzt mal Patienten oder Freunden oder sowas, kann man auch eine große Freude machen und sie einfach so, jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt, jetzt geht diese Schokolade nicht auf. Also sehr gut verpackt, kann schon mal nichts passieren und jetzt spreche ich mir hier doch mal einfach mal ein Stückchen ab. Also man sieht jetzt nicht, dass da irgendwie so Pulver oder sowas drin ist. Die sieht eigentlich ganz normal aus. Ja, riecht auch eigentlich wie weiße Schokolade und ich bin gespannt. Man schmeckt diesen Pilz Geschmack nicht. Also schmeckt wie ganz normale weiße Schokolade. Gibt mir jetzt scheinbar Energie und Power. Ich bin gespannt, ob ich heute gut schlafen werde oder ob ich jetzt die Nacht noch praktisch durcharbeiten werde und die Geschichten für euch für den Kurs entwickeln werde. Nein, also das ist jetzt nochmal so ein, ja, ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Aber als Therapie kann man dann natürlich nicht sagen, esst mal eine ganze Tafel Schokolade. Ja, der Cordyceps, der gibt also eine Leistungssteigerung. Wir haben ja eben gerade schon gehört, Sauerstoffaufnahme in die Zellen, Immunstimulation, das Immunsystem wird gepusht, klar, auch Power, bei Allergien kann man ihn gut einsetzen, bei Hypertonie und wie ich ja schon sagte, ich habe viele Patientinnen mit Kinderwunsch in der Praxis und da ist der Cordyceps natürlich der Pilz, den ich bei unerfülltem Kinderwunsch immer einsetze. Fertilitätsstörung, Libidoverlust, aber genauso natürlich auch hier Schlafstörungen. Man sollte ihn allerdings dann nicht zu spät abends nehmen, weil er gibt halt schon Power. aber bei Schlafstörungen ist es also so gemeint, dass der Pilz dann praktisch morgens, mittags und zum Beispiel nachmittags gegeben wird, dass man praktisch diesen Durchhänger nicht hat. Depressive Verstimmungen kann er verbessern, die Stimmung also aufhellen und Nierenerkrankungen, Harnwegsinfekte kann man da auch gut mit behandeln, aber wie gesagt, in erster Linie setze ich ihn wirklich zur Leistungssteigerung ein für das Immunsystem und aber bei Fruchtbarkeitsstörungen. Also das kann man wirklich so sagen, wer sich jetzt mit Bachblüten oder mit Schüsselersalzen auskennt, ich würde sagen, also der Cordyceps ist praktisch die Olive oder aber Schüsselersalz Nummer 5. Und wir haben ja auch in der Praxis oftmals viele Patienten, die einfach erschöpft sind durch diesen ganzen Stress, Leistungsdruck und etc. etc. Ja, in der Onkologie kann er eingesetzt werden beim Melanom, beim Multiple Myelom, Blasen, Prostatakrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, wie gesagt, die Indikationen Brustkrebs oder auch Prostatakrebs ist bei vielen Pilzen gegeben, das natürlich auch den Grund, dass das also die häufigste Krebsart so ist und Darmkrebs natürlich auch, aber wie gesagt, wir gucken uns dann auch immer individuell an, was ist so ja auch das Naturell des Menschen, sage ich mal. wenn wir jetzt eine Patientin mit Brustkrebs haben und die ist sehr erschöpft und kraftlos durch Chemo und Strahlentherapie beispielsweise auch da auf jeden Fall dann den Cordyceps nehmen, bevor man einen anderen Vitalpilz nimmt, der auch bei Brustkrebs einsetzbar ist. Tja, das war so der Cordyceps habe ich auch wie gesagt im Skript da stehen dann auch nochmal so Anekdoten und Geschichtchen drin also ich habe diesen Pilz mir auch immer praktisch nochmal so beleuchtet also nicht nur nicht nur von der medizinischen und Indikationsseite mir angeschaut sondern überhaupt was ist das denn für Pilz und was ist denn überhaupt die Geschichte dieses Pilzes Cordyceps auch einsetzbar ohne Strahlentherapie bei Prostata ja Gudrun auf jeden Fall weil er ist ja bei Prostatakrebs hier einsetzbar und das muss nicht sein dass der dass der Tumor da praktisch bestrahlt wird das ist nicht also muss nicht unbedingt sein manche Krebsarten werden ja auch praktisch anders behandelt gerade der Prostatakrebs das wird ja manchmal auch operativ einfach entfernt und dann mit einer Hormontherapie einfach so in Schach gehalten sage ich mal genau okay und jetzt haben wir Platz 1 der ultimative Vitalpilz hier heute und zwar ist das der Shiitake Shiitake haben viele vielleicht auch schon mal gehört das ist also hauptsächlich ein ich sag jetzt mal chinesischer Pilz und dieser Pilz sagt ich kann eigentlich fast alles ist also wirklich ein Allrounder wirkt antibakteriell antiviral antitumoral schützt zusätzlich die Leber kann den Fettstoffwechsel gut regulieren und ist auch gut für den Darmflora Aufbau also wir haben hier wirklich ein breites Wirkspektrum vom Shiitake und ihr werdet sehen der Shiitake wird auch nicht umsonst der König der Pilze genannt ja das ist also wirklich ein ein breites Einsatzgebiet den kann man also auch wenn man jetzt vielleicht in der Vitalpilzkunde gerade so einsteigt oder sowas dann sage ich mal mit dem Shiitake könnt ihr und können sie nicht viel falsch machen weil er wirklich an alle ich sag jetzt mal Strukturen im Körper greift wir können ihn also einsetzen bei Abwehrschwäche bei Autoimmunerkrankungen bei Erschöpfung Müdigkeit haben wir wieder also Erschöpfung Müdigkeit hatten wir jetzt bei allen drei unserer Top 3 Vitalpilze aber wenn jetzt jemand wirklich zu mir kommt und sagt Frau Wellmann ich bin ich bin so mega erschöpft ich arbeite so viele dann würde ich auf jeden Fall dann auf den Cordyceps gehen Nadine die Frage wenn der Shiitake alles kann warum dann die anderen habe ich glaube ich eben gerade mit diesem Beispiel schon erklärt man kann man kann ja auch viele Vitalpilze oder man kann ja auch mehrere Vitalpilze gleichzeitig anwenden also es ist sogar eigentlich Usus dass man nicht nur ein Vitalpilz anwendet sondern dass man da sich sage ich mal so eine Mischung herausarbeitet muss man immer gucken inwieweit ist der Patient dazu bereit mehrere Pilze gleichzeitig zu nehmen wie stricke ich dann die Dosierung weil ich würde dann nicht alle auf der Normaldosis dosieren sondern individuell vielleicht alle ein wenig niedriger dosieren aber das lernen wir dann auch alles im Kurs ja und wie gesagt es gibt sogar auch bei den Vitalpilzanbietern beispielsweise schon vorgefertigte Mischung also dass ihr da praktisch zwei Vitalpilze in einem habt und da ist der Shiitake meine ich auch viel mit drin dass der also wirklich unterstützend also alles greift sage ich mal Fibromyalgie kann man damit gut behandeln Osteoporose weil er halt auch diese Vitamin D Vorstufe hat Arteriosklerose Schutz und natürlich wenn wir unsere Gefäße schützen zieht das natürlich auch die Hypertonie nach beziehungsweise wenn jemand schon unter Hypertonie leidet dann schauen wir dass die Gefäße nicht noch mehr geschädigt werden grippale Infekte zum Beispiel wäre der Shiitake jetzt auch kein Pilz den ich also wenn ich wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Shiitake und Coriolus bei einem grippalen Infekt dann würde ich den Coriolus wählen der Shiitake hat halt ein breites Wirkspektrum aber da würde ich praktisch dann eventuell ihn als Zweitpilz mit ansetzen ihr seht das müssen wir im Kurs müssen wir erstmal alle Vitalpilze kennenlernen um dann zu gucken wie würden wir sie denn jetzt einsetzen also welchen würden wir denn jetzt wo einsetzen Leber unterstützend also viele Vitalpilze unterstützen auch natürlich die Leber in ihren vielen Aufgaben wir wissen ja dass die Leber viele verschiedene Aufgaben hat und da nehmen wir natürlich die Leberunterstützung wenn wir schon Leber unterstützen kann man jetzt nochmal wieder eine breite Brücke schlagen zum Hormonsystem aber wie gesagt da muss man individuell schauen also ich glaube da jetzt einfach zu sagen auch Vitalpilze ich empfehle jetzt meinem Patienten einmal den Shiitake das wäre glaube ich zu einfach ja Darmflora Regulation Harnwegsinfekte Migräne Spannungskopfschmerz und aber auch bei Hypercholesterinämie weil er den LDL senkt ist es also ein Pilz der wirklich ein breites Wirkspektrum hat und hier bei Onkologie jetzt zum Beispiel da kam ja gerade die Frage auch bei Prostatatumor wenn beispielsweise der Tumor entfernt wurde dann kann man den Shiitake auch gut einsetzen als Begleitpilz Strahlentherapie Magen Darm Leberkrebs Brustkrebs Prostatakrebs ihr seht in der Onkologie Brustkrebs und Prostatakrebs ist halt ein großes Feld das sind halt die häufigsten Tumore und da gucken wir dann natürlich es ist ja auch so jemand der Brustkrebs hat hat ja möglicherweise auch noch andere Baustellen und so wählt man dann praktisch den Vitalpilz aus den dazu passenden Vitalpilz Ja ich wäre jetzt mit den Top 3 der Vitalpilze am Ende und auch mit der Vorstellung des Vitalpilz Webinars dann komme ich mal wieder ja sehr schön ja also vielen Dank Sabine sehr spannend also jetzt würde ich auch sagen es ist eigentlich jetzt an der Zeit Pilze zu essen heute Abend heute Abend eine kleine Champignonpfanne vielleicht so als Einstieg das wäre doch was ich nehme noch meine Cordyceps Schokolade hier dann arbeite ich die Nacht durch genau ja gibt es denn noch Fragen von Ihrer Seite falls Sie diese haben zur Organisation oder zu dem Kurs oder eben auch zu den Pilzen stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung ansonsten wird natürlich alles weitere direkt im Seminar erklärt und da wissen wir dann danach alles über die Pilze das ist ganz gut genau auch kuriose Geschichten das glaube ich ich habe mal so ein fieses Buch gelesen wo einer aus versehenem Wald einen Pilz gegessen hat und dann oder auf irgendeiner Party das war ja wahrscheinlich die Magic Mushroom Party und dann ist der ausgewandt und da war er nur noch im Wald hat nur noch im Wald gelebt der ist total durchgedreht seitdem habe ich noch mehr Angst vor Pilzen aber das kann bei dem ja nicht passieren würde ich sagen nein das kann nicht passieren also ich würde auch in der Tat würde ich jetzt auch wirklich empfehlen oder müssen wir als Therapeuten ja auch natürlich empfehlen gucken sie oder guckt ihr da wirklich auch auf die renommierten Anbieter also nicht da irgendwie bei Ebay irgendwelche ich weiß ja nicht ob es das gibt also wenn man da guckt Pilzpulver von dem und dem Pilz also da würde ich wirklich dann auch auf die direkten renommierten Anbieter gucken und auch man muss ja gucken Pilze nehmen ja auch viele Schadstoffe aus dem Boden auf also da muss man auch schauen dass das praktisch auch ein gutes Anbaugebiet ist stimmt das ist doch eigentlich immer noch die Thematik was noch mit Tschernobyl ist Tschernobyl genau genau das ist das ist auch in diesem Buch hier ganz gut beschrieben da auch noch mal so ein Kapitel extra drin dass man da ja wie nehmen die denn das überhaupt noch weiterhin immer auf die Pilze okay ja gut jetzt kommen noch ein paar Fragen und ich nehme mal einen Schluck Bachblütenwasser heute wieder heute ganz normal heute ganz normal welche Firma würdest du denn empfehlen also ich kenne ja immer nur Hufflick also ich finde Hufflick auch nach wie vor die beste Firma an sich die machen mir einen sehr guten Eindruck und ja es gibt da noch noch diverse andere also ich ich empfehle meinen Patienten wirklich immer Hufflick ne Mykotroph gibt es auch genau da müssen wir dann natürlich auch gucken aber das gucken wir auch im Kurs einige Anbieter haben in Anführungsstrichen nur Pulver und andere haben Pulver und Extrakt und manche haben auch Mischungen aus Pulver und Extrakt aber das dröseln wir alles im Kurs auf was ist denn Extrakt und was ist Pulver weil zuerst hört sich das ja genau gleich an eigentlich ne genau der Fliegenpilz nein Elke der wird nicht mitbehandelt weil er kein Heilpilz ist ich kann ja noch mal die Folie auflegen welche Pilze es sind einen Moment ich muss mal schauen dann beantworte ich in der Zwischenzeit kurz die Frage nach dem Präsenz- oder Online-Unterricht es ist ein reiner Online-Unterricht weil die Sabine ja im Harz sitzt ist das etwas praktischer die kommen alle zu mir das wäre auch nett ich war schon lange nicht mehr im Harz so guck mal hier da haben wir die die gängigsten Pilze Agaricus Agaricus Suprofrense Presens Bisporus Auricularia Chaga Coprinus Cordyceps Coriolus den Enoki den Reishi Heritium Maitake Pyrotus Polyphorus Poria Shitake und Zunderschwamm und das sind auch so die Pilze die man bei den verschiedenen Anbietern auch bekommt in diesem Buch hier sind noch ein paar mehr Pilze aufgeführt sogar aber was bringt es einen wenn man die ich sag jetzt mal oder wenn die Patienten sie schlecht bestellen können das stimmt sehr gut ich hab sie gerade schon angemeldet das hab ich parallel schon gemacht ich sag ja die Kollegen im ZFN die sind so fix und flink Cordyceps Extrakt Chorolali ihr kriegt eine eine Fuhre unbedingt das haben wir schon gesagt wenn wir denn noch flotter werden dann sind die Folien bei ihnen zu Hause schon bevor ich sie überhaupt erst losgeschickt habe genau ja sehr schön die arbeiten wirklich alle so lange auch ich hab ja mal gedacht das ist ein Verteiler oder sowas aber nein nein der Herr Siebert der hat mir wirklich um 23 Uhr dann in der Tat die Mail geschrieben ja der neue Aufbau einer Onlineschule da ist schon ein bisschen was geboten so Gudrun kommt auch das ist sehr schön vielleicht bis im Seminar vielleicht aber dann hoffen wir mal dass wir sie sehen gut prima also was auch noch natürlich zu sagen ist Julia glaube ich wenn man jetzt sagt ich weiß es noch nicht so genau und ach im Juli ich weiß noch nicht ob ich in Urlaub fahre oder nicht man kann ja auch noch nachträglich einsteigen ja das ist ja auch noch mal so ganz schön weil man verspielt ja nichts sondern man sieht das dann einfach per Aufzeichnung an das stimmt das ist wahr das kann man auch noch machen wo gibt es die Schokolade gerade bei beide Firma wie wir gerade sagten habelig ich will jetzt aber hier keine Schleichwerbung machen aber schmeckt es ja es schmeckt gut echt also okay man merkt nicht ist da Pilze drin nicht dass da Pilze drin sind Pilzpulver es schmeckt wie weiße Schokolade das ist ja super also Schokolade essen und noch was für die Gesundheit tun ja das finde ich ist ein prima Plan und Power kriegen also alles wunderbar na dann weiß ich ja was ich mir jetzt noch mal schnell bestellen werde genau die Ecke tippt noch aber was ich glaube ich schon mal mache ich mache schon mal die Aufzeichnung aus dann sage ich schon mal vielen Dank für diesen spannenden Abend also ich freue mich wenn ich viele von Ihnen wiedersehe oder wieder höre oder wieder lese dann zu unserem Webinar zu unserem Webinar ich auch und bedanke mich bei der Sabine ganz herzlich für die Information sehr gerne sehr gerne Genau.